Servus Bayernheim, bei mir ist jetzt der Tobias, grüß dich. Servus, ich heiße Dr. Mals, also mein Spitznamen, Dr. Mals, mein Spitznamen. Dr. Mals? Dr. Mals, mit M. M-U-I-S. Warum? Ja, mein Spitznamen, vom Hausnamen her. Vom Hausnamen her? Ja, genau. Alles klar, das heißt, du kommst von einem Hof oder was? Nein, nicht von so einem Bauern Dörferl, aber über so ein altes Haus. Okay, wo bist du denn her? Arzenzoll, das ist ein Arzenzoll, das ist ein Arzenzoll oder Arzenzollbong, Oberpfalz. Oberpfalz. Wie alt bist du und was treibst du in deiner Freizeit? Also ich bin 21 jetzt, ich bin Musiker, Roller, spüren wir den Sonntag, also Freitag, Sonntag spielen wir in Straubing da, in der hübschen Bühne, ich bin ein Liedgitarrist, also Gitarrist vollgas, jetzt auf, vollgas. Okay. Ähm, wie reitest du dich charakterlich beschreiben? Ja, ich bin ein ganz netter, kümeliger Mensch und sag, ich bin schon eine Frau, aber die muss alle, ich bin ein Arscher, weißt du, ich bin ja nicht der Mensch. Ich kümse auch schüber, aber ich bin ja nicht der Mensch, weißt du. Ah, da kümse kannst du nicht drüber. Ja, ich schon. Schon, ja. Nicht ein Karmusselbein, keinen, keinen. Ähm. Wie stellst du deine Traumfrau vor? Ja, also, nicht so schlank, nicht so fett, also man so, also, ja, wie sagst du. Ein gestandene? Ja, ein gestandene. Also, die muss schon ein wenig Holzfühlen haben, muss schon ein paar, so ein bisschen Bräne sagen, muss schon nicht, keinen Ansprauz und eine Resilieflühe, dann passt's. Okay. Ähm. Und dann, wie stellst du dir die charakterlich vor? Ja, die muss auf Frankenraus stehen, also auf ein bisschen Rock sagen, weißt du nicht, so so Hip-Hop, weil ich total cool, weißt du, so alter, alter, brauche ich gar nicht, ne. Die muss schon ein bisschen, die muss schon ein bisschen, die muss immer bayerische Kinnamaus und so, ne, und auf Frankenraus stehen, also so Lezeppli und so sein, weißt du schon nicht, musst du nicht. Okay. Und sonst so, ähm. Gibt's irgendwas, was du sagst, ist der Baki gar nicht? Ja, wenn du selber so arrogant sind, weil es muss nicht, könnt ihr auch mit so Schleckern schauen, musst schon so aufdunsen, musst schon mal sehen, ah, das sind die Besten, ah, 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 das brauche ich gar nicht, ne, das brauche ich gar nicht. Alles klar, super, das war's schon wieder. Das war jetzt der Tobias, wenn ihr ihn hier kennenlernen wollt, dann meldet euch bei ihm. Servus. Aufmerksamkeit. Das war jetzt. Vielen Dank.